Dann freuen wir uns, dass wir Ihnen heute eine Neuerung aus dem Haus der Oculus vorstellen können. Und wir möchten das auch beide gemeinsam präsentieren, wie man das trockene Auge oder die Diagnostik des trockenen Auges in die optometrische Dienstleistung einbinden kann. Vielleicht mal historisch betrachtet, welche Rolle übernehmen wir denn eigentlich bei dem Thema gutes Sehen? Es ist tatsächlich so, dass wir als Augenoptiker bei dem Verbraucher längst anerkannt sind als Spezialisten für gutes Sehen. Und das bedeutet nicht nur, dass wir gute Brillen und Kontaktlinsen anpassen oder schöne Brillen verkaufen. Gutes Sehen hängt auch maßgeblich mit dem Tränenfilm zusammen. Darüber möchten wir heute sprechen. Aber auch, wie man damit in der Dienstleistung umgeht. Auch wenn wir uns mal anschauen, was ist unseren Kunden wichtig? Das zeigt eine europäische Studie bei Verbrauchern, also bei Kunden vom Augenoptiker, welche Dinge sind den Kunden tatsächlich beim Augenoptiker wichtig. Und da sieht man deutlich, dass es nicht nur das Thema niedriger Preis ist. Das würde hier mit 16 Prozent nur anschlagen. Das ist das Thema auf jeden Fall, wofür wir Spezialisten sind. Klare, scharfe Sicht. Aber an zweithäufigster Stelle das Thema Gesundheit. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele Kunden heute den Augenoptiker aufsuchen als erster Anlaufpunkt für gutes Sehen, auch im Thema Gesundheit. Und da greift schon zum gewissen Teil das Thema trockenes Auge mit rein. Ja, trockenes Auge, wie häufig kommt es vor? Wir haben Ihnen mal ein paar Zahlen mitgebracht. Prävalenzen. Bei den Augenärzten ist schon eine ältere Studie. Da heißt es, jeder vierte bzw. fünfte Patient, der eine Augenarztpraxis aufsucht, kommt wegen Problemen mit dem trockenen Auge. Also nicht direkt mit dem Thema, ich habe trockene Augen, sondern mit Beschwerden, die daher rühren oder auch Entzündungen, die daher rühren. Wir wissen aus dem Kontaktlinsenbereich von GfK, das ist eine große Gesellschaft für Konsumforschung, Studien, dass auch etwa 30 Prozent unserer Linsenträger Probleme mit trockenem Auge haben. Also durchaus ein großes Potenzial aus den beiden Bereichen. Aber was ganz stark greift, ist natürlich die Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz. Auch hier wird in verschiedenen Studien gezeigt, dass das trockene Auge da maßgeblich zu Problemen führt. Auch hier mal eine Studie aus dem nicht-augenoptischen Bereich, war eine M-Lead-Studie rausgesucht, die Ihnen zeigt, wie trockene Augen, wie stark die da vertreten sind mit anderen Problemen. Handgelenke, Schmerzen, Halswirbelsäule wird hier an erster Stelle genannt, zusammen mit den Augenleiden. Also das ist tatsächlich auch so, dass wir am Bildschirmarbeitsplatz das trockene Auge nicht vergessen sollten. Ja, wie ist das jetzt beim Augenoptiker? Wie viele Kunden, die uns besuchen wegen einer neuen Brille, wegen einer Refraktion, haben ein trockenes Auge? Auch hierzu möchte ich Ihnen eine neue Erhebung zeigen, die wir in einem hochfrequentierten Geschäft mal als Bachelorarbeit erhoben haben. Da war die Aufgabe an die Studentin, alle Kunden oder random, es sieht ausgewählte Kunden mal aus, zu fragen, ob sie vor einer Refraktion sich mal einer Augenuntersuchung oder ein Trainfilm-Screening unterziehen würden. Und da kam auch raus, dass etwa 30 Prozent der Kunden, die ganz regulär zu uns kommen, für eine Refraktion Probleme mit dem trockenen Auge haben. Also es ist also nicht so, dass die bei uns als Augenoptiker gar nie aufschlagen, wie man vielleicht denkt, weil die zum Augenarzt gehen. Was machen wir in der Regel? Eine Visusbestimmung und bei unseren tollen Visustafeln, die wir haben, Vollkontrast, kann man natürlich die realen Sehbedingungen gar nie nachempfinden. Da ist die Forderung ja auch, dass man Kontrastteste, Reality-Sehteste mit einpflegt. Das ist ja hier im Hause Oculus mit dem Wizard sehr schön gelungen, auch mal eine Blendquelle mit einschaltet, was Sie hier im untersten Bild sehen. Auch da kann man teilweise Trainfilm-Probleme mit absehen. Besser ist natürlich, wenn man vor einer Refraktion, wenn man Verdacht hat, zumindest ein Kurzscreening mit trockenen Augen anstrebt. Und da haben wir ein neues Modul dazu erstellt, was wir Ihnen gleich mal vorstellen möchten. Ein paar wissenschaftliche Daten, vielleicht nur ganz kurz, erlauben Sie mal das. Wie hat der Trainfilm, was hat es mit guten Sehen zu tun? Gibt es verschiedene Studien von uns, aber auch von anderen Autoren, ich habe Ihnen hier mal eine mitgebracht. Das sind aberometrische Messungen von gesundem Auge, kurz nach dem Lidschlag, nach vier, nach sechs, nach acht Sekunden. Da ändert sich nichts an der Refraktion. Ich muss gerade nochmal zurück. Wenn Sie schon so einen Kunden haben mit marginal trockenem Auge, da sehen Sie, dass nach sechs, acht Sekunden die Farben zeigen ja auf Abbildungsfehler, die da entstehen, dass die tatsächlich messbar anders sind. Und beim richtig trockenen Auge schon bereits nach zwei Sekunden. Also die Refraktion ändert sich auch beim trockenen Auge. Das ist also auch wichtig, wenn wer jemals Aperometer-Messungen macht, dass Sie davor mal gucken, ist das vielleicht jemand mit trockenem Auge, wann löse ich die Messung aus, paar Mal blinzeln, sollte ich vor der Messung generell prophylaktisch einen Nachbenetzer geben, auf höhere Lohnsäurebasis, einen ganz einfachen vielleicht, um die Messung besser zu steuern. Und das bringt uns eigentlich zu dem Thema, wie machen wir das als Augenoptiker bei unserem Kunden. Das habe ich mal so Kundenreise mal probiert zu skizzieren, also eine Zeitreihe. Wir haben hier zum Eingang die Begrüßung, Beratung, Bedarfsanalyse oder Sie können es auch Anamnese nennen, wobei wir haben ja nicht mit Kranken zu tun. Anamnese ist eigentlich eine Krankengeschichte, aber wir erfahren doch sehr viel über unsere Kunden, wo und wann wollen sie korrigiert werden, wie sind die Lesebedingungen, wie sind die Beleuchtungsbedingungen. Vielleicht kriegen Sie da schon Hinweise auf trockenes Auge, dann kommen die Augenuntersuchungen, vielleicht haben Sie einen Autorefraktometer, einen Aperometer. Wenn Sie da saugsam die Ringstrukturen angucken, erkennen Sie es auch schon ein bisschen. Und unser Ansatz ist jetzt eigentlich, vor jeder einer solchen Dienstleistung auch mal einen Tränenfilmtest, einen Screeningtest, einen Schnellen mit anzuschließen. Und dann, je nachdem, was der Kunde möchte, bietet man Brillen, Kontaktlinsen an in der Abgabe, kann man dann auch nochmal ein bisschen auf die Beratung eingehen. Aber wichtig, auch die Nachbetreuung, wenn der Kunde kommt, hat vielleicht noch Probleme, dass man da ein paar Dinge einfließen lässt. Und jetzt weiß ich von Claudio Jäger, dass ihr das Thema Beratung und auch Dienstleistung ganz stark fahrt und auch diese Prozesse längst schon einbezogen habt. Vielleicht kannst du mal die Teilnehmer mit einbeziehen, wie ihr das angeht bei euch im Optikgeschäft. Gerne. Sie sehen hier das Geschäft, wo ich arbeite. Wir sind auf drei Etagen. Im Erdgeschoss, Ladenfläche. Erstes OG, die optometrische Abteilung. Und im zweiten OG bieten wir auch noch Visualtraining an. Also Sie sehen, die Dienstleistung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Dann, wie Herr Sickenberger schon gesagt hat, ich finde bei jeder Refraktion gehört auch der Tränenfilm mit ins Boot. Der muss angeschaut werden. Und das kann man jetzt neu mit so einem Quartz-Screening mit dem Gerät perfekt einbinden. Und wenn da Auffälligkeiten sind, kann man perfekt überleiten in eine vertiefte Tränenfilmanalyse. Ich denke, das ist bei uns auch so. Circa 30% aller Refraktionen, die wir machen, da haben die Kunden Auffälligkeiten mit dem trockenen Auge. Und das müssen wir ausreizen, das Potenzial. Das müssen wir ausnützen. Wir müssen die Kunden sensibilisieren. Wir müssen die aufklären. Und viele sind da begeistert und machen sehr gerne ein weiteres Screening damit. Ich denke, ja, der Verkauf, der ist ähnlich wie bei Ihnen, wenn es um die Brille geht. Aber da gehen dann ganz neue Felder auf. Es geht nicht nur um Tränenfilmprodukte. Das geht weiter über, das ist ganz links von dem Paket, was Sie da sehen. Da gibt es so eine Art Dremel, da komme ich nochmal drauf zurück. Das geht in die Nahrungsergänzung. Omega 3 geht das rein. Da hat man noch eine ganz andere Produktpalette, die wir an die Kunden dann bringen. Und auch ein ganz wichtiges Thema ist die Nachbetreuung, speziell beim trockenen Auge. Die Kundschaft, die muss geführt werden. Wir machen da regelmäßige Follow-Ups, die kommen alle drei bis sechs Monate vorbei. Und dann kontrollieren wir, ob die Maßnahmen, die wir getroffen haben, auch greifen. Was jetzt an dem Ablauf sehr schön ist, man kann mit dem neuen individuellen, also beim Screening, wie gesagt, ein Drittel haben Sie auffällig, wenn Sie den jetzt komplett screenen und Ihren Behandlungsplan hier abarbeiten, können Sie auch schon ganz gezielt die Therapien einleiten. Das heißt, man kann hier aus von den Herstellern, hier am Beispiel Pharma Stullen, verschiedenste Produkte sich vorschlagen lassen. Bei Stippen zum Beispiel eins mit Dexpatenol, was man einsetzen kann. Also ganz gezielt auch die Produkte einsetzen oder im Bereich Lidhandhygiene, wo wir Ihnen dann auch mal ein paar Fälle mitgebracht haben, wie man damit direkt umgeht, kann man also ganz gezielt die Behandlungspläne schon im Kereitograph sich anzeigen lassen und auch vorschlagen lassen, was da passt und Kunden erklären. Was jetzt vielleicht nochmal neu ist an dem Ganzen, ist das Thema, wenn wir das Jenvis Pro mal angucken. Wir hatten ja bereits den TF-Report. Da ging es eigentlich darum, mit den minimal sechs Testen ein gutes Bild über einen Tränenfilm zu bekommen. Aber ich glaube, in unserem normalen Geschäft beim Augenoptiker ist es wichtig, dass Sie auch einen kurzen Screening-Test davor schalten, der zur Refraktion gehört. Der hat also noch nichts in dem Paket Tränenfilm zu suchen. Dann würde ich da immer ins Refraktionspaket mit als Dienstleistung bezahlen lassen. Das dauert nur fünf Minuten, vierteilig. Wenn der anschlägt, können Sie sich selbst einen individuellen Tränenfilm-Testbatterie vorstellen. Die zeigen wir Ihnen gleich nochmal, was das aussieht. Und wie Claudio Jäger schon sagte, in einer Nachkontrolle dann auch nur spezielle Tests auswählen. Gucken wir uns mal die einzelnen Teste an. Ich bin jetzt in diesem Screening-Test. Wie funktioniert das? Wie Sie das von Oculus gewohnt sind? Läuft das recht einfach? Ach, geführt. Das ist jetzt so als Film mal animiert. Er sagt Ihnen da oben in der Maske, was Sie tun sollen. Rechtes, linkes Auge. Und hier wird der Tränenmeniskus aufgenommen. In dem nächsten Schritt sagt er Ihnen jetzt den Tränenfilm Aufreißzeit. Er leitet Sie an, was der Kunde machen soll. Und hier nochmal die Erklärungstexte dazu. Und Sie sehen schon, ganz rechts sehen Sie den Balken, was alles zu machen ist. Also wie gesagt, nur vier Tester. Sie positionieren das Gerät. Er misst vollkommen selbstständig unter Infrarotbedingungen die Tränenfilm Aufreißzeit. Und macht danach automatisch die Zuordnung, ist das jetzt auffällig oder ist es im Grenzbereich oder ist es vielleicht ein ganz normaler Wert. Und dann im letzten Bereich wird der Rötungsgrad des Auges automatisch vermessen. Und wird am Schluss nochmal ein Kurzfragebogen abgefragt, den wir neu gemacht haben. Vielleicht kennen Sie diese Try-Eye-Questionnaires. Die sind ja alle sehr kompliziert. Die amerikanischen, die passen für den Optometristen, für eine Arztpraxis, für einen Augenoptiker nicht so. Wir haben einen neuen gemacht, der wirklich nur die wichtigsten Fragen abgreift und eine recht einfache und schnelle Zuordnung macht. Ist das Auge subjektiv trocken oder nicht? Das heißt, der Screening-Test ist innerhalb von fünf Minuten sehr schnell gemacht und zeigt Ihnen recht sicher, ob ein Folgetest mit diesem individuellen Programm zu machen ist oder nicht. Das wäre dann eben der nächste Schritt. Gehen wir mal davon aus, das war einer von den 30 Prozent, wo es sich rentiert. Da bietet man dann eben diesen kompletten Train-Film-Screen-Komplett-Test an. Das ist eine genaue Untersuchung mit allen möglichen Train-Film-Testen, die Sie sich selber zuschalten können. Sie können sich auch Spaltlampenbilder mit zuschalten. Sie können, wenn Sie noch Skierma-Testen lieben, dann können Sie noch sich mit einklicken. Also alles, was eben auch wissenschaftlich gibt und was auch wirklich auch wichtig ist und neu ist, haben wir mit eingebaut mit Klassifizierungsschlüsseln. Sie können dann daraus aus der Bilddokumentation zum Kunden sehr gut kommunizieren. Das werden wir dann auch nochmal zeigen, wie das gut geht. Und vorgefertigte Therapieempfehlungen abfragen und anklicken, ob Sie die nehmen oder nicht. Oder auch von Herstellern oder von Ihnen selbst eigene Empfehlungen selbst kreieren. Also sehr gut und sehr einfach gemacht. Und die Durchführung funktioniert jetzt über diese Auswahlliste. Sie können sich hier, wie gesagt, alle Teste selbst kreieren und was dazu klicken oder was nicht. Und da möchten wir Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele dazu zeigen, was man da machen kann. Wir gehen da nicht alles durch, aber die Außendienstmitarbeiter von der Firma Oculus können Ihnen das gerne mal zeigen. Ich bin jetzt einfach mal wieder in den Test gegangen. Wir sind davon ausgegangen, die Vorteste sind gemacht, diese vier im Screening. Die haben Sie jetzt schon gemacht. Die müssen Sie noch mal machen. Das heißt, Sie können dann einfach weitergehen. Sie klicken wieder ins Programm. Und in der Auswahl kriegen Sie dann gezeigt, hier oben Untersuchung. Wir hatten ja bereits den Screening-Test. Sie gehen jetzt nicht ins Screening, sondern in den nächsten, in den individuellen. Und wenn der angeklickt ist, sehen Sie schon, dass die Ergebnisse der ersten Teste übertragen wurden. Er geht dann automatisch in den nächsten. In dem Fall ist es was mit Interferenz und mit Train-Film-Dynamik, was hier aufgenommen wird. Das sagt Ihnen als Anleitung, was ist zu tun. Wir müssen so das aufnehmen. Und jetzt wird also eine ganze Session nur Aufnahmen nacheinander gemacht. Also ohne dem Kunden zu sprechen, muss man sagen, Achtung, wir machen eine ganze Serie von verschiedenen Untersuchungen mit Ihnen und danach analysieren wir das. Also das muss man nicht doppelt machen, läuft dann automatisch weiter. Hier ist mal ein Beispiel zu Lider und Lidkanten. Das haben wir als bewusst auch mit reingenommen. Das ist natürlich erstmal kein Train-Film-Test. Was soll ich da angucken? Der Keratograph mit der Farbkamera erlaubt Ihnen wunderbare Aufnahmen vom Auge, auch von der Lidkante, teilweise besser von der Tiefenschärfe als mit der Spaltlampe. Und hier mal ein Beispiel, wenn man jetzt, ich habe es mal gefilmt, nicht fotografiert, eigentlich geht man nur auf ein Bild, also man positioniert an die obere Lidkante und vielleicht fällt Ihnen auf, dass die nicht so schön gerade aussieht. An den Ausführungsgängen der Maibomischen Größen sieht man Erhebungen. Das kann man dem Kunden danach dann auch zeigen. Das ist zum Beispiel ein deutliches Zeichen auf eine Fehlfunktion der Qualität des Train-Films und da kann man auch was tun dagegen. Und da möchte ich vielleicht mal, Claudio, direkt an dich übergeben. Das ist ein schönes Fallbeispiel mitgebracht zu dem Thema. Das war ein Herr, Mitte 50. Der kam zu einer Standardrefraktion, hat sich bei uns gemeldet. Er hat im Jahr 2000 sich die Augen lasern lassen. Deswegen so ein bisschen eine ungewohnte Refraktionssituation. Aber das ist ja nicht das Thema, das ist okay. Interhalb von der Anamnese hat er keine Auffälligkeiten auf Sika-Symptomatik. Er muss keine Medikamente nehmen, hat keine Haut- oder systemische Erkrankungen. Da saß ein Smalltalk raus, hat er erzählt, er hat vier Hunde. Und dann habe ich mal so an Demodex gedacht. Das sind die Haarbalkmilben, die Hunde häufig haben und Menschen auch häufig haben können. Dann habe ich die Standardrefraktion durchgezogen und da gehört auch eine Spaltlampeninspektion dazu. Und dann habe ich Folgendes gesehen. Sie sehen hier an den Wimpernbasis so schuppenartige Rückstände, die da drauf sind. Und das wollte der Kunde nicht haben, obwohl er keine Symptome aufs trockene Auge zeigt. Er ist Zahnarzt und hat gesagt, das muss weg. Ich habe ihm dann für acht Wochen Clearadex mitgegeben. Das sind so Reinigungstücher, die er täglich angewendet hat. Man sieht, es ist schon eine Verbesserung. Die Schuppen haben sich gelöst, hängen so in den Wimpern, aber ist nicht ganz perfekt. Und dann habe ich ihm für eine Woche noch Lidschau mitgegeben. Und das sieht dann definitiv anders aus. Also man sieht oben rechts zu unten rechts ist ein großer Unterschied. Ich konnte auch zwei weitere Termine vereinbaren mit dem Kunden, die Zwischenkontrollen. Das ist eine Win-Win-Situation für den Kunden, wie auch für mich, für den Optometristen. Und das schafft auch Vertrauen für den Optometristen. Ich habe den Kunden ernst genommen. So ein kleines Beispiel. Das Thema Haarbeilmilden ist tatsächlich sehr stark verbreitet. Das sieht man so gar nicht so häufig. Wenn man da mal was ein Augenmerk drauf richtet, gerade mit dem Geradografen, wenn Sie eine höhere vergrößern, können Sie auch einschalten, sehen Sie tatsächlich, was an den Lidkanten da häufig zu sehen ist. Also nach Studien, 60 Prozent, 70 Prozent aller über 55-Jährigen sind davon betroffen. Und da kann man teilweise für die Linsenträger auch bei Lidrandhygiene sehr viel verbessern, was den täglichen Tragekomfort, aber auch die Hygiene natürlich betrifft. Und wenn ich jetzt was einfügen darf, bis vor wenigen Jahren habe ich die Kunden auch durchgewunken, habe da zu wenig Augenmerk drauf gehabt. Und solche Kunden haben Sie definitiv jede Woche. Bin ich überzeugt. Ja, Thema Lidrand ist mit Sicherheit wichtig. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist das mit diesen Maibohmdrösen. Wir hatten vorhin im ersten Fall so leicht verstopfte Drösen. Von außen mit der Spaldaum, mit dem Geradografen sehe ich es. Aber wenn ich jetzt die Drösen wirklich angucken will, brauche ich eine Infrarotbeleuchtung, wie es jetzt der Geradografen bietet, wo Sie quasi durch die Drüsen oder die Drüsen durch die Bindehaut tassal sichtbar machen können. Und da kann man vom oberen Unterlied die Bilder aufnehmen. Es erscheint hier oben immer eine Einschätzung. Das heißt, Sie konnten selbst subjektiv sagen, das ist Grad 0, das ist Grad 1. Wie Sie hier sehen, das ist so ein bisschen unruhig. Wir haben extra mal einen schweren Fall genommen. Die sind eigentlich nicht so oft anatomisch, nicht so grad, wie man das gerne hätte. Und hier mal ein Beispiel, wo man das dann einschätzen kann. Das Originalbild wird eingebracht und Sie können mit dem Mauszeiger das dorthin schieben, wo Sie glauben, dass die Ausfälle sind. Und der Geradografen überträgt dann diese Schiebereglereinstellung direkt als Graduierung in das System. Das ist bewusst so gemacht, das wäre ein leichtes für Oculus, das automatisch klassifizieren zu lassen. Aber man muss es wirklich, weil die Drüsen so unterschiedlich sind, besser per Hand tun. Das muss ein Kliniker machen, das kann die Maschine alleine nicht. Das sind zu viele Fehlinterpretationen, wenn man das einem Automaten überlässt. Insofern ist das jetzt auch eine geschickte Möglichkeit, wie Sie da vergleichen können, in welchem Grad bewegt sich diese Maibohmdrüsendysfunktion. Ja, wenn dann alle Bewertungen durch sind, wie gesagt, wir haben nur einen Ausschnitt gezeigt. Das sind hier, ist diese Workliste, wie man das so schön sagt. Hier sehen Sie alle Bilder, alle Aufnahmen, die gemacht sind. Kann man dann nochmal hier unten die Behandlungsempfehlen, kann man sich selber generieren. Wir haben aber auch ein paar eigene mit reingenommen. Haben dann noch Empfehlungen, wenn Sie Stippen sehen, dann ist das Präparat gut. Wenn Sie Lidrand-Kolaretten oder was sehen, dann Lidrand-Hygiene. Also es sind auch Therapieempfehlungen mit vorgefertigt, dass man sich das nicht immer überlegen muss. Das ist ein sehr, sehr weites Feld, so von einmal zuhören, eine Einweisung am Gerät. Das ist nicht getan. Thema Tränenfilms ist leider sehr vielschichtig. Oculus bietet dazu auch Seminare an, wenn man da einsteigen will. Ich glaube, du hast auch eine Weile gebraucht, bis du dir die ganzen neuen Dinge aneignen konntest. Wir lernen da auch wirklich von jeder Tagung was Neues dazu oder von unseren eigenen Studien. Und da gibt es ständig neue Dinge. Hier möchte ich Ihnen noch etwas zum Abschluss vorstellen, wie man dann mit dem Kunden kommunizieren kann. Wir haben auch lange überlegt mit Anwendern wie dem Claudio Jäger. Wie macht man dann mit dem Kunden die Kommunikation, dass er das auch alles versteht? Das ist so wichtig, dass wir auch über das sprechen, was wir messen. Und dann müssen wir es nicht wegschicken und sagen, das und das haben Sie. Und da ist das hier so gelöst bei Oculus, dass Sie von allen Messungen, die Sie haben, jetzt hier von den vier ausgewählten, kann man am Schluss bei der Analyse das dem Kunden nochmal zeigen, als Art Collage, Bilder-Collage mit den Videos und kann dann hier wunderbar mit dem Kunden drüber sprechen. Wie macht ihr das bei euch im Geschäft? Ja, ich bin froh, dass es jetzt so entstanden ist. Bei der Vorgängerversion war das ein bisschen umständlicher, es ging auch. Man musste immer so rein rausgehen. Und so ist es super elegant. Ich kann auf das entsprechende Bild klicken, das wird dann groß und dann kann ich dem Kunden alles genau erklären. Und ich spare so auch Zeit, weil ich da nicht zig Klicks machen muss mit der Maus. Also wir haben auch, wir haben die Testversion natürlich jetzt auch an Kunden getestet. Also das kommt sehr, sehr gut an, wenn Sie dann in einem Collage-Bild mal alles zeigen und das ist das Mengenproblem. Hier haben wir ein Qualitätsproblem, hier an der Lidkante müssen Sie das und das tun. Das steigert die Mitarbeit vom Träger, dass er es wirklich auch tut, was Sie empfehlen und macht natürlich die Dienstleistung sehr transparent. Sie können dann, wenn die Anersuchungen und ihre Therapieempfehlungen abgeschlossen sind, auf so ein Print drücken. Das wird dann alles ausgedruckt, entweder als Hexagramm oder als Balkendiagramme mit der Therapie empfehlen. Das heißt, man gibt dem Kunden auch das mit, was man tatsächlich gemessen hat. Er nimmt was mit nach Hause und das ist eine Wertigkeit. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, wie gehe ich mit dem Follow-up? Also wenn ich jetzt eine Therapie gemacht habe und wird es besser, wird es schlechter, wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Wir haben auch nochmal ein schönes Fallbeispiel aus der Schweiz. Ein Herr, Mitte 40, kam zur Routine-Kontaktlinsenkontrolle. Er hat eigentlich keine Probleme mit seinen formstabilen Kontaktlinsen. Sieht in der Ferne, wie in der Nähe eigentlich einwandfrei. Sie sehen noch, was für eine Linse er trägt. Auch hier gesundheitlich alles unbedenklich. Hier möchte ich Ihnen auch mal die Lead-Ränder zeigen, wie die aussehen. Die sehen so aus, richtig dick verschubt. Und das ist eine Zeitbombe. Wenn der dann nichts macht, dann verträgt er die Linsen nicht mehr. Und jetzt kommt bald gleich als Therapieempfehlung etwas, was wir aus dem Augenoptiker Handwerk kennen. Genau, also wir bei uns, wir gehen, wir machen wie so, man muss die Lead-Ränder reinigen, ganz klar. Damit ihr das eine bessere Basis habt, gibt es da so ein Gerät. Das sieht dann so aus, wie so eine elektrische Zahnbürste, wie ein Dremel. Da kommt vorne so ein Tipp drauf und da macht man wirklich mechanisch, reinigt man die Lead-Ränder und die Wimpern. Das ist kein Thema, das können Sie alle auch. Ist für den Kunden auch nicht sonderlich unangenehm. Und das ist eine super Basis für später, für die tägliche Lead-Rand-Reinigung, die der Kunde dann zu Hause macht. Und das kann man mit dem Gerät auch sehr gut darstellen, in der Follow-up-Version. Sie sehen die vier Bilder nochmals, oben vor der Behandlung und unten nach der Behandlung. Und ist eindrücklich für den Kunden, wenn er das so sieht. Und der ist top motiviert für die tägliche Lead-Rand-Reinigung. Ja, damit haben wir mal die drei neuen Bereiche beleuchtet. Ich denke, man kann die wirklich sowohl hier vorne in dieser Begrüßung, Beratung, vor einer Refraktion mit einbeziehen, als professionelle Dry-Eye-Klinik kann man es einbeziehen. Und hier hinten eine Nachbetreuung, natürlich, wie wir eben gesehen haben, auch. Was ist da passiert? Gab es eine Verbesserung? Müssen wir nochmal eine Therapieempfehlung verändern? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft. Wichtig ist, glaube ich, dass man die Instrumente dazu hat, dass man es genau untersuchen kann und in den normalen Kundenprozess beim Augenoptiker einbinden kann. Und das ist, denke ich, gelungen durch die drei neuen Bausteine, diesen Screening-Test. Ganz normal in einer jeden Standardrefraktion für Sie individuell zusammenstellbar mit allen Extras, die es so gibt, die auch den Claudio Jäger in der Schweiz zufriedenstellen und einen Fahnenkraut-Test beispielsweise ermöglichen. Wollt ihr auch haben. Oder nicht unbedingt, wir haben eingebaut. Und auch in der Nachkontrolle. Insofern, mit diesem neuen Jenvis Pro, denke ich, können Sie das Thema optometrische Dienstleistung massiv ausbauen. Und das ist auch der Weg, wie ihr ihn geht in der Schweiz. Und ich denke, wenn man hier sich auf den Ständen umguckt, Dienstleistung, das, was wir tun, ist viel wert. Das sollten Sie sich auch bezahlen lassen. Damit wären wir beide am Ende. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Messeaufenthalt, viele gute Gespräche. Und wer Interesse hat, die Oculus-Ausnahmsmitarbeiter haben das Programm natürlich dort. Die können Sie nochmal in die Finite einführen. Man kann das ganz einfach gestrickt machen. Und man kann jeden Zusatztest, den es eigentlich weltweit gibt, mit dazu schalten, ganz wie Sie wollen. Und ich denke, das ist sehr passgenau auf die Bedürfnisse vom Augenoptiker gebaut. Und damit möchte ich Sie entlassen. Und wir stehen natürlich auch sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.